ja wie ihr seht bin ich wieder mal beim rätseln ich soll den lkw komplett zusammenbauen aber jetzt ist natürlich die frage typ a oder typ b auf jeden fall weiß ich muss mir schon mal die holen ach mensch 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 das ist alles nicht mehr schön ganz und gar nicht schön das müsste das ding sein was so schön hoch geht ja genau mehr am rum rennen hier als irgendwie alles andere rochverbindungsstück typ b wird es sein ich will jetzt auch nichts falsches kaufen ich habe mehr als genug kohle gar keine frage problem ist nur die ist auch irgendwann weg ne irgendwann ist die kohle weg und der lkw ist unter umständen noch nicht fertig also ich meine sieht nicht so aus aber man soll niemals nie sagen ups ne falsche richtung ok gut zu wissen nachschalldämpfer wird es nicht sein das wird hier auch noch lustig mit den dingern aber wir sind jetzt erstmal noch mal beim auspuff tja das ist jetzt die frage tja was hatten wir denn hier für ein l ding wo ist er denn irgendein typ b ne ok so klasse ähm das eines kürzeres anderes länger ja schaden kann es nix ne vielleicht ist es sogar richtig zwei verschiedene zu nehmen das kann ja auch sein ich werde es jetzt sehen ich werde es jetzt sehen so also das ist L2 setzen wir den schon mal ran setzen wir den schon mal ran so und wie komme ich jetzt hier wieder weg von dem ding ich hasse das also L2 also L2 okay ja 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 ella ja 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 So. Ups. Naja. Bin schon Verlust gemacht, aber egal. So, das wird mir wahrscheinlich jetzt mit den scheiß... ...Gelenkdingern... Äh, Quatsch, nicht Gelenkdinger. Warte mal, apropos. Eins, zwei... Drei Gelenke und dann nochmal drei von den Dingern. Okay. Können wir vielleicht schon mal das Getriebewäsche hinkriegen. Achso, geht nicht, weil ich da noch gar nicht dran habe. Okay, ahaha. Gut, na dann geht's jetzt erstmal hinten weiter. Dann brauchen wir nämlich wieder... Also, jetzt haben wir nämlich schon mal eine ganze Menge hier erledigt. Äh, naja, okay. Das Ding brauche ich wahrscheinlich. Muss ich hier nur mal gucken. Hopp, da hinten da muss ich mal gucken, wie viele. Ob zwei oder vier. Äh. Gelenk. Drei Stück. So, jetzt kommen nämlich die größten. Nehmen wir mal einmal die. Ist ja nicht das Problem. Aber jetzt wird's nämlich hier kritisch. Lange Gelenkwelle oder lang... Lange Gelenkwelle... Neh, 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 neh. Und das geht nämlich ganz schön ins Geld jetzt hier. So. Schauen wir mal, was davon richtig war. Also, hier mit der kurzen Gelenkwelle, äh, war ja wohl... Okay, da muss ich dann auch noch... Ja, ist ja gut. Ah, zwei Stück davon dann, okay. Ach, verflickt diese blöden Bolzen. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja, sie war richtig. Okay, ich brauche aber trotzdem diese blöden Bolzen. Da brauche ich zwei, vier, sechs, acht Stück von. Eieiei. Ah, mal gucken, wo ich die jetzt hier finde. Bin ich mal, ich hatte die vorhin schon. Schaftkreuzler. Könnten das die sein? Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier, fünf, weg. Sieben, acht. Zwei, vier, sechs, acht, ja. Bitte lass es das Richtige sein. Ja. Wunderbar. Der Untertitel im Auftrag des ZDF für funk, 2017 wunderbar so dann brauche ich jetzt noch zwei von den komisch hier lang so wo haben wir jetzt die blöden dinge schon wieder hier wo sind sie da achskörper 1 2 stück so den rest weiß ich eben nicht man ich bin zu blöd dafür 4 achsen müssten eigentlich auch viel luft dinge da sein und hast du nicht gesehen und haben wir genau 24 hier davon dementsprechend dann auch vier von den luftteilen 1234 federn ok schauen wir mal nur jetzt rund 1 2 3 4 1 2 3 4 haben wir ich wollte ja die federn fehler vorne fehler hinter 4 dementsprechend brauche ich auch noch die gummi tüllen hauptsache gibt es auch noch kleine gummi tüllen gibt es hier nicht ok 1 2 3 4 stück brauche ich davon nämlich nur das weiß ich noch jetzt muss ich das alt von oben einbauen sauerei betrug beschiss 4 6 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 Oh, das ist nämlich ein 2, 4, 6, 8. Brauch ich denn von denen? Ach du heilige Scheiße. Alladio, 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 viel hintermacht davon, ok. Gut, dann sehen wir uns da nochmal erstmal den Scheiß und dann können wir uns den Rest angucken. Warum renne ich jetzt hier schon wieder im Kreis? Ach man. So, wir brauchen nämlich hintere Federspannring. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, genau. Dann brauchen wir... 1, 2, 3, 4 davon. Hier haben wir so. Genau. Also hier oben. Wer sind�be, Gott, 6, 7, 8. onte. Vielen Dank.